Einen schönen guten Tag an alle Lauffreunde und Sportfreunde. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute der 23. Tag der 30-Tage-Challenge und ein wenig Gebrauchsspuren an meinem Körper merke ich jetzt so langsam. Ich habe mir gestern nach dem Laufen bin ich noch ein wenig spazieren gewesen und dabei ist meine Hose so gerutscht und ich habe mir so ein bisschen einen kleinen Wolf gelaufen, also zwischen den Oberschenkeln ist es ein wenig wund geworden. Das habe ich gerade gemerkt, als ich in die Badewanne gestiegen bin, hat es richtig ordentlich gebrannt an den Oberschenkeln. Ich habe mich jetzt ein bisschen mit Melkfett eingecremt da mehr und hoffe, dass das jetzt ein bisschen besser wird. Und ja, ansonsten, heute war so ein bisschen regenbedingt. Ich hatte mir was vorgenommen, was nicht so richtig geklappt hat. Ich wollte hier, wie ihr seht, bei Punkt A, wollte ich heute mal drei Runden in, im Jungfernheide Park laufen. Und ja, als ich da losgelaufen bin, waren überall Pfützen und alles matschig und patschig. Und dann habe ich mir gedacht, dann läufst du mal so ein bisschen geteerte Strecke oder asphaltiert oder mit Stein belegte Strecke und bin dann hier rausgelaufen aus dem Jungfernheide Park ein Stück an der Autobahn lang. Da ist auch so ein Weg direkt auf der einen Seite hast du den Jungfernheide Park, auf der anderen Seite die Autobahn, bin ich dann gelaufen. Dann hier am Kanal lang das Bild, was ich gemacht habe, das ist glaube ich ungefähr hier entstanden, hier so auf diesem Bereich, was ihr als Thumbmail habt. So, dann bin ich hier weitergelaufen, hier hoch, hier und dann den Saatwinkler Damm bis zum Jungfernheide, Stieg glaube ich heißt der, und hier dann rein und hier wieder Straße, Straße, Straße und dann bis hier insgesamt waren es 9,21 Kilometer, die ich gelaufen bin. Mein GPS-Messung, der hat irgendwie, ich glaube, 8 Kilometer hat er glaube ich erfasst, also 1,2 Kilometer weg. Also ich habe jetzt auch gemerkt, also der schneidet einfach immer die Ecken ab. Also ich habe selbst hier, also hier habe ich mein Handy aus der Bauchtasche geholt und als ich dann hier lang gelaufen bin, hat er einfach hier so diese ganze Ecke abgeschnitten, die ganze Zeit. Also ich glaube, erst hier bin ich tatsächlich auf der Straße wieder gelaufen, also das war hier so querfeldein. Und genau das gleiche auch hier, hier hat er auch die Ecke abgeschnitten. Und ja, also er macht halt, oftmals nimmt er dann hier so den direkten Weg, also wie ich dann hier zum Beispiel hier unten, bin ich auch kein Weg gelaufen. Das war so auch querfeldein. So macht er, macht die GPS-Messung das tatsächlich auch, wenn sie keine genauen Daten hat. Sie müsst dann einfach, ich glaube, dann hier so los und die nächste Messung ist dann hier. Dann verbindet er das einfach auf der kürzesten Strecke und dadurch ergibt sich natürlich immer ein bisschen weniger. Hier wahrscheinlich, wenn ich hier so laufe, dann wird er wahrscheinlich das ganze Stück hier abschneiden und hier die ganze Zeit dann den Weg nehmen. Na ja, auf jeden Fall kommen wir mal zu den Daten. Heute, das Gewicht geht weiter runter, wobei heute ist Freitag, ich gehe gleich essen, muss mich vorher noch testen lassen und deswegen bin ich mal gespannt, wie das Gewicht morgen aussieht. Gerade eben, nach dem Laufen 91,7 ist natürlich wirklich fast 2 Kilo an Wasser verloren, ist natürlich Wahnsinn. Ja, 9,21 Kilometer gelaufen in 54,53. Das ergibt eine Zeit pro Kilometer von 5,92, also wieder etwas schneller wie gestern, so schnell wie vorgestern. Bauchumfang gemessen hier heute mal nach dem Lauf 105 Zentimeter, das wird sich nach dem Essen wahrscheinlich wieder auf 107, 108 erweitern. Ja, Oberschenkelumfang 66, wieder ein bisschen, ganz klein wenig runtergegangen, aber das auch nach dem Messen. Gestern noch fast 5000 Schritte, wie ich gesagt habe, dazugekommen. Heute werden auch noch einige Schritte dazukommen. Ich habe heute vom Skat eine Mitgliederversammlung, deswegen muss ich mich auch testen lassen, also nicht nur wegen dem Essen, auch wegen der Mitgliederversammlung. Gut, ja, dann soll das auch schon alles gewesen sein. Also Skat weiß ich gar nicht, ob ich heute noch ein bisschen Skat hinkriege, ich weiß nicht, wie lange die Mitgliederversammlung im Skatverein geht, aber ich versuche heute Abend mal was zu machen, vielleicht auch noch heute Nachmittag. Das hängt davon ab, ob wir noch einen Spaziergang machen nach dem Essen oder direkt wieder nach Berlin reinfahren. Ja, also, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Freitag, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns heute noch irgendwann im Laufe des Tages beim Skat. Also bis dahin, macht's gut, ciao!